Und da sagst du die Engel, die Posante, und ich herstinke, rüsste vier Herren vom goldenen Altar, der vor Gott ist, die du sagst, die Engel, die die Posante kalt gesettet, die die vier Engelchen hier, die am großen Strupp aufhört gebunden sind. Und die vier Engel sind losgebunden worden, die auf Stunden und Tag und Monat und Jahr gegrüscht haben gesettet, der dritte Teil von der Mannschaftsdähtum, und die Zahl von der Truppe auf den Pferden sind zweimal 10'000 mal 10'000 geseh, und ich habe ihre Zahl geirrt, und so habe ich ihnen als Schilligdrescher geseh, und die, die auf ihnen gehockt haben, schen die vierige und hier sind vor allem noch ein Schwäfelgelbe-Panzer gehabt, und die Köpfe von der Häschen sind wie Leuchköpfe geseh, und die sind nur gelaufen, geht vier, Räuch und Schwäfelwirkau. Von die ist schon drin geblogen, sind der dritte Teil von den Menschen getötet worden, vom Vieh, vom Räuch und vom Schwäfelwirkau, die aus ihrem Klopfel gekommen sind, denn die Macht von der Räschchen ist in ihrem Müll, und in ihrem Schwanz, denn ihren Schwanz blieh und der Schlange, Otsch und Käpp, und mit ihnen fähren sie schon dazu, und die übrigen von den Menschen, die durch die unsere Plage auch nicht getötet worden sind, haben ihnen nicht Büsse getan von ihrer Hand, von ihrer Hand, wenn man aufs Bett und die Boots und die Gold, um selber noch Geld zu bilden, die werden erzählen und kehren und laufen können, und schen die Büsse getan von euren Mordtaten, und von eurer Zäuberie, nur von euren Porneas, nur von euren Klauermär!